Gute, ihr lieben Makerline! Als Hobby ist der 3D-Druck für viele frisch, neu und interessant. Es gibt jede Menge tolle und auch nützliche Dinge zu drucken, wie z.B. diese ID.3 Storage-Box. Und passend dazu kann man diese auch noch in fast allen Farben als auch Materialien drucken. Das macht nicht nur jede Menge Spaß, sondern schont auch ein wenig die Umwelt. Wäre da nicht der ganze Plastikmüll, der durch solche Filamentspulen entsprechend anfällt. Und genau aus diesem Grund bekomme ich inzwischen wöchentlich eure Anfragen, wann denn welche Hersteller endlich Refills anbieten. Damit alleine ist es aber nicht getan. In diesem Video möchte ich daher euer Feedback einmal zusammenfassen und euch die Antworten der Hersteller zu diesem Thema mitteilen. Kleine Side-Note, dieses Video gibt es übrigens auch als Blogpost auf unserer Webseite. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann gerne nochmal alles in Ruhe durchlesen. Die Links zu den einzelnen Produkten findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung als auch im Blogpost. Bevor wir beginnen, habe ich noch eine kleine Bitte. Laut YouTube-Statistik sind 50% meiner Zuschauer keine Abonnenten des Kanals. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Damit helft ihr mir weiter, weiterhin solche Videos wie dieses hier für euch zu drehen. Fangen wir einfach mal ganz außen an und zwar bei der Verpackung. Es gibt Hersteller, einige Hersteller, die die Verpackung entsprechend nochmal in so eine dünne Folie packen. Klar, damit soll ersichtlich sein, dass das Produkt noch original verpackt und unbenutzt ist. Aber sind wir mal ganz ehrlich, kaum hat man diese Folie ein paar Mal in den Händen gehabt, fängt sie entweder an sich aufzulösen oder die ersten Nähte fangen an zu reißen. Diese Folie schützt also nur bedingt den Karton und eigentlich sollte ja der Karton der Schutz für die Ware sein. Ob der Inhalt noch unbenutzt ist, erkennt man auch daran, dass zum Beispiel mal die Spule oder das Refill noch im original Vakuumbeutel verpackt ist, wie jetzt zum Beispiel mal hier. Das ist glaube ich erstmal das Wichtigste überhaupt. Diese dünnen Folien können sich die Hersteller also eigentlich meiner Meinung nach und auch eurer Meinung nach einsparen. Die sind in meinen Augen nur Plastikmüll. Es geht aber noch umweltfreundlicher. Seit einiger Zeit bieten Hersteller wie Form Futura oder auch Redline, welche bereits seit Beginn oder wie bei Form Futura seit einiger Zeit entsprechend, nur noch Pappspulen für die normalen Gebindegröße an. Statt der bekannten schwarzen Plastikspule. Es ist schon mal ein sehr großer Fortschritt, denn diese Spulen kann man einfach zerkleinern und dann einfach in den Papiermüll geben. Während man diese hier nur sehr mühsam verkleinern kann. Und ja, ganz ehrlich, ich schmeiße die im ganzen Stück weg und dadurch sind die Mülltonnen relativ schnell und ineffektiv voll. Auf der Form Next 2019 hatte ich allerdings noch die Hoffnung am Stand von 3Devo, dass man diese Spulen zu neuem 3D-Tropfilament mit deren Equipment verarbeiten kann. Jedoch muss ich schnell feststellen, dass man nicht genau weiß, was eigentlich in den Spulen drin ist. Ist es jetzt ABS, ist es ASA, ist es PEEK oder ist es ein Mix? Und auf Alibaba findet man Angebote, die Spulen aus PVC, PMA oder etc. anbieten. Also kann es unter Umständen schwer bis unmöglich sein, dass man das Filament, was aus solchen Filamentspulen recycelt wird, drucken kann. Damit bleibt dann auch nur noch das Recycling von diesen Spulen zu irgendwas anderem. Einen schöneren Weg schlagen da Hersteller wie zum Beispiel Fiberlogy und das Filament ein. Dort bekommt man parallel zu den normalen Spulen auch noch das Filament als Refill angeboten. Das bedeutet, dass die Spule einfach komplett wegfällt und man erhält ein gewickeltes Filamentbündel, welches man einfach auf eine alte Spule oder auf eine Puzzlespool wie die hier entsprechend draufwickeln kann und dann einfach von da ausdruckt. Alternativ kann man natürlich auch direkt von der sogenannten Coil drucken. Dazu gibt es auch Beispiele im Netz. Meist gibt der Hersteller den dadurch entstandenen Preisvorteil sogar an den Kunden weiter. Und dadurch könnt ihr dann wirklich wahres Geld sparen, nämlich 1 bis 2 Euro ungefähr pro Rolle. Hersteller wie 3D Fuel begeben sich auch bald auf den Weg, so zumindest mal die Aussage, und wollen natürlich ihre Packung nachhaltiger gestalten. Last but not least gibt es natürlich noch solche Folien hier, die solche Fenster schützen sollen. Und ich kann den Gedanken dahinter durchaus verstehen, dass man zum einen die Vakuumverpackung schützen möchte, zum anderen aber auch dem Kunden gerne einen Blick auf die Ware ermöglichen möchte. Aus Erfahrung wissen wir hier bei Makorama allerdings, dass auch selbst so offen gestaltende Packungen wie hier die von 3D Fuel, die schon relativ viel Preis geben und ohne solche Folien auskommen, immer halber am Kunden ankommen. Die Angst vor einer kaputten Schutzverpackung ist also an der Stelle komplett unbegründet. Ich habe bezüglich dieses Themas mal die Hersteller für euch angefragt und folgende Antworten von den Herstellern bekommen. Redline überlegt sich gerade die Schutzfolie wegzulassen. Allerdings muss dafür die Verpackung umdesignt werden, weil ansonsten die aktuelle Verpackung noch verkratzen könnte. Und das ist leider Gottes bei vielen Kunden ein Grund für die Rückgabe des Produktes. Bei Form Futura ist man da in der Hinsicht noch ein Stück weiter offen, indem man sagt, okay, wir haben ja eh schon die Pappspulen seit einiger Zeit im Sortiment. Und klar, wir würden gerne den Shrinkwrap weglassen. Wenn ihr eine Idee habt, also auch ihr da draußen, schreibt es uns gerne und die versuchen das dann entsprechend umzusetzen, sofern es natürlich machbar ist. Und natürlich müssen die irgendwie die Box schützen, sagen sie, weil sie halt verhindern möchten, dass die Box entsprechend vielleicht durch Wind und Wetter nass wird und dann entsprechend mit Wasser vollgesogen beim Kunden oder beim Händler ankommt. Sie haben aber auch schon vor einiger Zeit, wie eben schon erwähnt, entsprechend die Kunststoffspulen, die normalen Gebindegrößen auf Pappspulen umzurüsten und wollen auch zeitnah entsprechend die größeren Gebinde entsprechend auch umrüsten. Das finde ich schon mal sehr löblich und es hat sich schon mal einiges geändert. Auch die Verpackung von Form Futura hat sich geändert von einem vollflächigen Druck mit solchen Plastikfenstern drin hin zu einem parzell gedruckten Karton mit offenen Fenstern. Und 3D Fuel überlegt sich momentan auch entsprechend den Schritt zu einem Refill zu gehen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, die haben momentan alle Hände voll zu tun. Das haben sie mir auch mehrfach gesagt, die würden gerne, aber momentan geht es nicht. Ein Lichtblick gibt da entsprechend, dass neue Anlagen in den USA gerade ankommen und aufgebaut werden, neue Produktionsstraßen. Und sobald da ein bisschen Entspannung auf der Auftragslage und auf den Produktionsanlagen entsprechend sichtbar ist, versuchen die natürlich auch ihre Anlagen umzurüsten, weil die natürlich euer Feedback auch können und ich es denen auch schon oft genug gesagt habe. Und jetzt seid ihr gefragt, gerade von Form Futura. Sagt doch mal bitte einfach, was ihr euch noch weiterhin wünscht an den Verpackungen zu verbessern, was man dort ändern könnte und wie man es vielleicht lösen könnte. Ich gebe das Feedback gerne an die Hersteller weiter. Und in diesem Sinne hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Ebenso würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert und der Makorama Family beitretet. In diesem Sinne bis zum nächsten Mal. Happy Printing! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen!